hallo und herzlich willkommen so resident evil gold edition hat wir denn heute letztendlich plan werden so dann gucken wir uns noch mal kurz ein video an oh 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 Kapitän Deschandt hier, wir haben die Untergrundsroute an den Koordinierten geschlossen. So, jetzt endlich doch mal ein schönes Video. So, dann werden wir mal gucken hier, kurz nochmal Systemeinstellung gucken, wir spielen jetzt hier auf Full HD, 60 FPS auf jeden Fall. Jut, alles richtig eingestellt, dann wollen wir mal losgehen. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Wir müssen auch mal gucken, Kapitel Auswahl, wir machen Kapitel eins von eins. Ich spiele jetzt natürlich auf normal. Okay. Okay. 7000 haben wir nur. こちら könnt ihr auf passa Jeez gerne sein Schuh Vater proprio. Ne? Timm. Ja. Sagen؟ um der gesellschaft die sich für die anderen okay jetzt haben wir das Video zwei Mal hier sehen ich denke mal ist nicht so schlimm Jetzt wird es auch irgendwann gleich los gehen. Die Leute in den Stabilisierten, haben bald ein anderes Mal wie Raccoon City geäußert. Als Panik übersteht, die Welt der Regionen auf das Global Pharmaceutical Consortium die B.S.A.-A.-A.-A.-A. Die B.S.A.A.-A. waren gebetriebsst und neutralisieren die Bioterroristen, die Sicherheit und Stabilität in verschiedene Regionen im Weltraum. Willkommen in Afrika. Mein Name ist Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey. You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do. And I'm going to see it through. I have a job to do. Well, he doesn't look so great. The man. Okay, we're in a chapter one of one. For the civilians. So, then we'll have to look at it. This is Kirk. Chris, Sheva, can you read me? Can you read me? Can you read me? Can you read me? Chris here. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. What do they do with him there? The Alpha Team has already infiltrated the area. And you will be going into his backup. Rendezvous with your contact at the butcher shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Wir spielen die PC-Version, ja. Und das Ganze mit Controller. Oh, der guckt mir aber schon so böse an, ja. Ei, ei, ei. Oh, wow. Guck mich schon, alle sind böse hier. Ich will ihn auf jeden Fall weiter. Alle weg? Hm, kommers. Na ja, gut. Guck mal. Da noch was. Ah, da haben wir noch ein paar Kisten. Na ja. Aber kalt jetzt noch nicht, noch nicht machen. Ah, da gibt da irgendwie so ein Streifen über den Bildschirm irgendwie. Gefällt mir irgendwie nicht. Gut, you're both here. Come. Mm-hmm. You too. This way. But maybe because of the new government with people around here a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah. They really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Jacqueline. Wir haben auf jeden Fall ein paar Waffen. Wieder mal aus dem Weg. Okay. Destination coordinates. Down squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. And be careful out there. And be careful out there. Ich denke mal, wir werden die nehmen. So. Ich denke mal, wir werden uns dann wiedersehen im nächsten Part. Aber bis dahin. Ich muss kurz mal was gucken hier. Ich denke mal, wir werden uns dann wiedersehen. Ich denke mal, wir werden uns dann wiedersehen. aber nichtsdestotrotz wir sehen uns wieder im nächsten part und bis dahin